oder was geht bevor sie durch starten wollte schon mal sein hier ich bin jetzt die drei gewinner vom gewinnspieler leute schreibt mir auf instagram kem tv 1 ihr werdet eure pf karten oder psn karte so wie ihr wollt 100 prozent bekommen leute wenn ihr weitere verlosung sehen wollte und sie gibt dem video darum abonniert mich support und weiter ich werde jetzt noch einmal dreimal 20 euro psn verlosen und was dafür tun muss einfach mein account abonnieren also mein youtube kanal mein instagram akkord zu enden und in den kommentaren schreiben ich will 20 bitte mehr nicht und ja leute das war sie auch erst an den verlosungen also wenn es weiter wenn es so mit euch weiter geht dann weiter verlosen aber jetzt erst mal durch die pleite jetzt schon fast aber nein leute auf jeden fall die drei gewinner schreibt mich an die welt über psn karten bekommen oder pf karte was ihr wollt ich würde sagen die gibt das video wir sehen auf jeden fall nichts mehr bis nicht mehr aps ja leute was geht ab ich weiß nicht mehr Ich höre nichts mehr. Hallo, meine lieben Freunde. Okay, piep. Jo Leute, was gleich muss gehen, willkommen auf meinen Kanal. Heute mal ein neues Video, heute mal einen einzigen, einzigen Halti Leute. Hast du doch schon gedreht, was? Heute mal wieder. Ja, heute mal wieder. Ja, heute mal wieder. Er hat nicht mal wieder gesagt. Doch, hab ich gesagt. Leute, ich muss sogar sprach bei ihm. Heute war ein neues Video mit Halti, oder nicht Halti? Okay, ja. Pro, Leute. So, jetzt, da wir pleite geworden sind. Also, Euro machen wir jetzt pro Dings. Zap, also Klatsch auf Rücken. Und von mir kriegt die dann auch eine Kopie. Wer gewinnt? Haltas, Haltas, Haltas. Jo Leute, auf jeden Fall. Wir machen heute pro Tor ein Rückenklatscher, Leute. Direkt oder nach dem Spiel? Nein, direkt, direkt. Zack, Tor, bap. Oh, zack, Tor, bap. Ja, nein, nein, nein. Erstmal kleiner Anfang. Und danach legen wir fett los. Ähm, ja Leute. Ich glaub, ich nehm Halti auseinander. Okay, das hast du etwa auch gesagt. Hast du auch zu uns gemacht? Ey, ohne Sound, Alter, ja. Ey, warte, stopp. Was? Wir gehen, der beste Regierin. Ach, ach, ach. Ey, wer bin ich? Ey, mein Kontrollhaus kaputt, da reiht mich schon nach hinten. Sagst du, du kannst im Neskampf spielen. Okay, dreh ich mir so gut, konstruierst du schon ein bisschen mehr. Ey, ich schreit mir doch immer mein Herz zur Haut. In wenigen Minuten geht es hier endlich los. Ah, ich schreit mir so gut, was sagt. Ich geb dir Zeit zurück. Schau, da was hat er eigentlich zu dir, es gibt nicht noch. Ich glaube, dass Schäfer-Chimp-Leck ins Spiel wird. Aber wo haben wir eigentlich noch die gesehen? Ey, ey, ich schreit mir irgendwie nicht! Ey, ey, ich schreit mir doch noch nicht. Sind beide Supermannschaften, beide mit klasse Trainern, aber in so einem Spiel und die Möglichkeit! Nein! Schosse lebt noch! Ja ja, Leute! Hört doch, hat er aufrikke! Was? Ja ja ja, alle machen wir! Stopp! 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 Gib den so ein, halt! Mach! 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 Wollah, ich bin keinem sonst! Ey! Warte! Mach! Oh! 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 Das war so der Handball, Leute! Aber das war dem bislang völlig egal! Das war so der Handball! Wir sind wieder ins Finale! Das Spiel ist auch nicht wie der Handball! Ja, ich weiß das, halt da! Das sieht schon so aus, auf der Fertur so, weißt du? Ich trau mich die Handball zu retten! Ich trau mich die Handball zu retten! Ich trau mich die Handball zu retten! Der Trainer ist ein Fuchs, die Gollen es unbedingt! Und man hat... Da ist ein Reise durch! Oh! Unglaublich wahr! Das war natürlich nicht! Gott los! Ey! Ich bin mir bei Köln, das ist nicht so schlecht aus! Das ist kein Problem! Ja! Das ist sowieso! Ohne Sommel und alles, Alter! Muss ehrlich sein, zuhören! Ohne Sommel ist scheiße! Vielleicht wär's der Schlimzer gewesen! Okay! Ah! Ich nicht! Nicht! Das ist ärgerlich! Macht alles richtig bei diesem Kopfball, eine super Technik! Aber am Ende ist aber knapp am Kasten! Ja, kannst du mir mal ein Torn bitte? Bitte so weit! Okay! Guck an! Wie soll's sein? Wie soll's das jetzt angeben? Er kann es machen! Gnabry! Ball bei Naima! Am Ball Mbappé! Jetzt rin! Ganz schwer! Das ist alles voll! Ich hab vorhin 5 Minuten gehen der Vodal gemacht! Komm da ruhig mal, jetzt zogen. Kleiner, teiler. Hola chica. Hola chica, er einschmeiß. Oh yeah. Yeah. Sané, Sané. Aha. Die Leute wollen Klatscher sehen und nicht spielen. Die Leute wollen Klatscher sehen. Das war natürlich eine exzellente Parade. Wenn das Spiel ein bisschen ausgedacht hat, noch nicht machen. Was? Was? Da warst du da? Abseits ne? Nein! Abseits ne? Nein! Abseits ne? Nein! 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 Bist du? Wollst du doch mehr mit? Ich hab den Ball! Bring den Ball jetzt in die Mitte. Der Junge also ja. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Ich lasse dir kein einziges Tor mehr machen. Reicht, der Cousin. Reicht! Nein! Nein, ja, oh! Ich schwirr euch bei der Hut, wo er nicht hat. Ich werde richtig haben, genau. Und das ist jetzt einfach so. Das musst du auf jeden Fall reinstellen. Oh, das könnte das werden. Ja, war ja ein herrliches Tor. Ja, und dann ist der Ausland. Ach! Das war meine Frau in Kraft. Ich brauche meine Wut, das war meine volle Kraft. Der Kellner muss wahrscheinlich rosig machen. Aber das gibt ich den Kellnern. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auch... Nein! Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Guretzka. Lewandowski. Könnte die Führung werden. Okay, okay, okay. Ich schluchte mal mit der Ratsch. Ich kenne jetzt erstmal einen Kretschafat. Ich schluchte mal mit der Kretschafat. Ich schluchte mal mit der Kretschafat. Ich schluchte nicht, die nicht so sterbe. Das ist ja die auch nicht so sterbe. Okay, mach. Okay, mach, ich schluchte nicht so... Oh! 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 Ich schluchte mal mit der Kretschafat. Ich schluchte mal mit der Kretschafat. Ich schluchte mal mit der Kretschafat. Ich bin niemals mit der Kretschafat. Ey, komm mal, dass du nicht irgendwie... Boah! Kann ich irgendwie Lisklium oder so? Ich gehöre mal kretschafat mit dem Kretschafat. Ich schluchte mal mit dem Kretschafat. Nein, 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 nein. 4-1. Abricht, abheb ich nicht. Wer hat er danach gewonnen? Die 0-0, nein, wo ich du. Gewinnst du erstmal gegen mich? Nyaaah! Super gemacht. Leute, Freitag, Black Friday, Pack Opening, mit Halti, Halti, wie sieht ein Hunni? Aber sie müssen zu ihrem Spiel hin. Ja, Pack will ja kein Problem, ich schaue, komm, mach mach. Scheiße, Mann, komm, mach was schneller, Mann. Verdammte Scheiße, Johnny. Ja, verdammte Scheiße, Mann. Von der Bromz, Homie. Homie, Mann, ich kiss die alle, die wir mal machen. Oh, no, 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 no. Ho, 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 ho. Sch, ehrlich. Der Pass von Icardi. Gute Aktionsspieler. Oui! Jetzt können sie vielleicht kontern. Jetzt gibt es hier vielleicht die Schuss. Nach wie vor erlebt diese Schuss. Ich will keinen. Oh, ich konnte so leicht passen und drücken. Das ist so schlecht, Alter. Mach deinen Rücken frei, aber schnell. Schnell, Udo geht. Schnell, Udo geht. Schnell, Udo geht. Schnell, Udo geht. Schlag mal auf meine Hand. Schlag mal, Schlag mal. Udo! Dein Ball. Der Arme. Was mit dir passiert? Nach dem nächsten Schlag ist so nicht mehr. Jetzt! Mb! Ja! 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 Warte! Hör auf! Ach! Der hat zurückgemacht. Der hat mehr weh getan! Ich schwöre! Du hast zugemacht! Nein, nein! Ich schwöre, der hat zugemacht! Okay, der tat weniger weh. Roland, der erste Mal tat mehr weh. Na, du ruf, meine Mutter, der erste Mal. Play, play, play. Ich weiß nicht, warum du dich draußen ranzschreiben. Ich weiß nicht, warum ich jetzt noch mal kann. Gefährdiges Ding. Nein! Klasse Zuspiel! Ich schwöre. Nein! Nein! Okay, mach, okay, mach, okay, mach! Oh! Oh! Rappen wir auf kwer, schlitzkeling. Ich schauke an, ich muss, ich bitte den Brücken sein. Oh, ja, also. Oh, ja, also. Nein! Salaam aleikum! Aleikum! Nein! Nein! Elf Meter! Guter Autbau! Absatz! Ist das auf? Nein, 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 nein! Ey! Fall Ruxia! Fall Ruxia! Okay! Nein! Fall Ruxia! Okay! Fall Ruxia! Was passt? Vieren Fass! Okay! Ab jetzt! Nice! Arr! Arr! Ja, das ist deries. Ja, kein Fass! Das ist riskant! Jeeihuu! Arr! Arr! Arrrr! Arr! 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 Wenn ihr euch fragt, dann ein bisschen in zwei Zimmer. Wichtig, dass ihr euch seid. Gästzimmer. Uh, der hat nicht viel mehr gemacht als Gästzimmer. Das ist der Schlafzimmer für die Gäste. Aber nur eine Person. Salam aleikou. Oh, laikou. Mach schnell, schnell. Bitte mach schnell. Mach doch nicht. Geht mir hin. Ich mach nur mit dir. Mit vier Fingern. Das ist das Brennbär. Meine Mutter schwitze ja. Vier Fingern. Mach mal, ich hab so'ngegen. Ich hab so'ngegen. Ich hab so'ngegen. Das könnte dir gelungen geben. Ja, nein. Nein. Ich hab so'ngegen. Mach, ja, Mann. Mach. Ich will nur ein Mann. Ich hab so'ngegen. Ich hab so'ngegen. Ich hab so'ngegen. Ich hab so'ngegen. Mach mal. Fingern. Du hast den Raffine, du hast den Raffine. Versuch's, der Raffine, der Raffine, die ist so!! Sch�озможно für legger vragen. Der Raffine, die ist unruh. remembers. Du hast den Raffine. Ach mannmal mir zurück... Los, der musste morgen zurück. Was ist mir gleich für'n? Mal so'n... Oh, Jasmin. Ich finde auch ein Tor. Ah, nein. Ja, warte, 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 warte. Warte, warte. Jetzt ist das Tor für die Moral. Egal, das ist, ich verdient, nach so vielen Klatschern. Steht jetzt nur noch einer, dann so einen Rückenklatsch für die Leute. Guck mal. Bis eins. Bis eins. Okay. Schnick, schnack, schnuck. Kawada. Ach, wie viel? Ego. 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 Ah, doch. Aber jetzt geklatscht. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, Leute. Supportet weiter, damit weitere Challenges zu kommen. Ich würde sagen, Black Friday, ich investiere 50 Euro oder 100 Euro. Wir sehen uns. Wie viel das ist? Warte, über, ne? Ich bin.